Äh, hallo Raffzahn. Kennst du mich noch? Na komm Raffzahn, geh schon da rein. Na schön. Komm her, mein kleiner Raffi, Raffi. Ja, du bist doch ein ganz braver. Kleiner Raffzahn, kleiner Raffzahn, ich mag dich und du mich. Henry, was machst du denn da? Gar nichts. Riepsel! Raffzahn! Raffzahn! Hör auf, du gemeingefährlicher Hamster. Au! Lass das, du blöde Katze! Oh, arme Mieze. Arme, arme Mieze. Was um Himmels Willen ist hier los? Raffzahn hat meine Mieze geärgert. Das stimmt doch gar nicht. Setzt Raffzahn wieder in den Käfig, Henry. Du hast jetzt keine Zeit zum Spielen. Sieh dir dein Zimmer an. Es ist ja noch chaotischer als sonst. Du kannst es später aufräumen. Leer bitte zuerst alle Mülleimer aus. Na komm Raffzahn, du musst wieder in deinen Käfig. Wenn ich König bin, müssen die Eltern die Hausarbeit alleine machen. Henry, was machst du denn da? Die Mülleimer ausleeren. Ich glaube nicht, dass Mama das so gemeint hat. Das werde ich ihr sagen. Ist mir doch egal. Mama! Ach, typisch. Mama! Henry! Ja? Oh, hast du alle Abfalleimer ausgeleert? Ja. Darf ich jetzt zu Bert gehen? Wir sind noch lange nicht fertig, Henry. Papa möchte, dass du ihm beim Autowaschen hilfst. Oh! Telefon, Schatz! Henry, ich bin gleich wieder da und vergiss nicht, auch die Scheiben sauber zu machen. Was? Das dauert dann ja noch ewig. So easy being me. Come on, Henry. Hm, du siehst teuer aus. Komm zu Henry. Riecht wie ein Baby-Po. Hast du auch was zu essen? Nein. Wie viel hast du denn schon eingenommen? 37 Cent. Gib das her, wenn du es nicht kaufst. Machst du einen Flohmarkt, Henry? Du kriegst aber auch alles mit, Alf. Die Einnahmen sind für einen sehr guten Zweck. Kinder in Not. Henry, das ist Mamas bestes Parfüm. Ach, sie hat noch so viele Flaschen. Eine vermisst sie schon nicht. Der kostet 10 Euro. Hm, ich geb dir einen. Na gut. Das, das ist aber Papas Schläger. Jetzt hör schon auf zu meckern. Sonst verkaufe ich dich. Orangen, frische, saftige Orangen. Wer gibt mir fünf Fäller für diesen schmächtigen Bauern? Er schrubbt die Böden, mistet den Stall aus und er ist nur Schlamm. Das ist es. Genau. Möchtest du dir etwas verdienen, Peter? Und wie? Ich könnte dich als Diener verkaufen. Ich geb dir 10 Cent dafür. Ist das alles? Na schön, 10 Cent am Tag. Das macht 20 Cent für ein Wochenende. Hm, in meine Sparpläne würde das schon reinpassen. Also gut, ich mach es. Super. Setz dich auf die Mauer und sieh arbeitswillig aus. Okay. Wer möchte sich einen Diener fürs Wochenende mieten? Er kostet nur 75 Cent am Tag. Oder als Schnäppchen 1,50 Euro für zwei Tage. Was macht er denn so? Alles, was du willst. Er ist ein Diener. Gut, ich nehm ihn. Ist bestimmt cool, jemanden zu haben, der alles macht, was ich will. Wieso bekomm ich nur 20 Cent, wenn dir Bert 1,50 Euro bezahlt? Äh, für Unkosten. Und jetzt geh mit deinem neuen Besitzer mit. Ist ja super. Wenn ich Peter ausbezahlt hab, bleiben mir noch 2,67 Euro. Das lässt sich noch ausbauen. Willkommen bei Kaiser Henry. Der allergrößten Kaufhauskette der Welt. Nach Hause. Henry, hast du meine große Parfümflasche gesehen? Nein, ich, ich meine, welche Parfümflasche. Ich dachte, das würde sie nie merken. Und wo ist Peter? Er ist nicht in seinem Zimmer. Oh, äh, ja, den hab ich verkauft. Was meinst du, Meg, du hast ihn verkauft? Naja, ich hab alles verkauft, was ich nicht brauche. Und Peter brauch ich sicher nicht. Ich hab ihn an Bert verkauft. Du gehst jetzt auf der Stelle zu Bert rüber und kaufst ihn zurück. Nein, wie kottest du nur? Aber ich will ihn nicht zurück. Henry, du holst jetzt sofort deinen Bruder zurück. Oh, nein, ich hab ihn gesehen. Den riesengroßen, pechbringenden Pechvogel. Das ist ein Zeichen, dass du verflucht bist. Nein, ich bin überhaupt nicht verflucht. Ah, ich bin verflucht. Nein, ich will aber nicht sterben. Naja, wenn du das goldene Dings da einem anderen gibst, geht der Fluch an den über. Ich schätze, ich könnte dir den Fluch abnehmen. Du würdest dein Leben ja auch für mich riskieren. Henry, du bist der beste Bruder auf der ganzen Welt. Das war ja Baby leicht. Laura ist da, eure edelmütige Majestät. Ich kann nicht bis morgen warten. Wenn du wirklich eins hast, Henry, dann will ich es sehen. Auf der Stelle. Peter, ich will ein paar Chips, Schokolade und noch ein bisschen extra Schokolade. Kommt sofort. Mein großer Bruder ist so mutig. Ja, ja, wie du meinst. Also, wo ist es? Es ist wunderschön. Ich will es haben. Auf keinen Fall. Ein goldenes Dings, der ist das Größte. Das gebe ich doch niemals her. Ich gebe dir eine Wasserkanone mit zwei Tanks. Die 3000? Wenn du willst. Brandneu? Noch original verpackt. Abgemacht. Morgen? In der Schule. Wie, du kommst nicht. Morgen wird ein sehr guter Tag. Schaut mal. Das ist ja Wahnsinn. Wo hast du das denn her? Obercool. Ich glaube es nicht. Ja, wieder cool. Ha, 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 ha. Henry! Du hast mich betroffen! Hast du wirklich geglaubt, ich gebe ein goldenes Dings da für die Wasserkanone 3000 her? Da musst du schon mehr bieten. Am Montag könnt ihr mir alle ein Tauschangebot machen. Und dann entscheide ich, ob es gut genug ist. Ich wette, du hast Angst im Dunkeln. Natürlich nicht. Gut, in diesem Zimmer spucht es nämlich. So ein blüder Geist kann mir doch keine Angst machen. Ich liebe Geister. Siehst du den Fleck da? Das ist die Stelle, wo der Geist verdampft ist. Ha, 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 ha Es war eine Nacht wie diese, als der Geist zum ersten Mal erschienen ist Du meinst, in diesem Haus spukt es wirklich? Ach, sei nicht albern, Achim, das ist nur ein Märchen Wir haben hier noch nie einen Geist gesehen Oh je, schon wieder Stromausfall Unheimlich, oder? Los Mutter, erzähl ihm die Geschichte Der Legende nachbaute ein reicher alter Mann dieses Haus, um hier sein Gold zu horten Er hatte dutzende Angestellte, die ihn von morgens bis abends bedienten Aber er hatte Angst, sie würden sein Gold stehlen Also schlich er sich eines Nachts hinaus und vergrub es im Wald Er baute sich Geheimgänge, damit seine Diener nichts merkten, wenn er sich nachts hinaus schlich, um nach seinem Gold zu sehen Aber in einer Nacht war es so dunkel, dass er nicht sehen konnte, wohin er ging Er stolperte und fiel in den Brunnen, wo er jämmerlich ertrank Und seitdem spukt er als Geist in diesem Haus herum, um nach seinem Gold zu suchen Ah, äh, naja, das, das geschieht ihm recht Wenn er so reich war, hätte er sich ne Taschenlampe kaufen sollen Oh Genug von diesen albernen Geschichten Zeit für euch Jungs, schlafen zu gehen Es gibt doch überhaupt keine Geister, das weiß doch jedes Kind Das kommt aus dem Wandschrank Er will mich bestimmt holen Alle mal herhören Hier befinden wir uns in unserer Dauerausstellung Und sie führt uns durch die gesamte Geschichte des Ortes, an dem wir leben Die Pflanzenwelt, die ihr hier seht, überwucherte einmal unseren Gesamtlichen Da hätte ich ja auch in unserem Garten bleiben können Betrachten wir mal diese Erde Echter Nährboden von Mutter Natur Seit der Entstehung der Menschheit ist sie unverändert Seht sie euch an, fühlt sie, riecht sie Unsere alte Erde lebt und steckt voller Rätsel unserer Geschichte Sie lebt, sie leeeet Sehr witzig, junger Mann Aber genau das trifft zu Die Erde lebt und wie sie lebt Und das ist das Reich der Würmer Ich will das gar nicht sehen Ich hasse Würmer Wir könnten sie essen, das habe ich im Fernsehen gesehen Wie schmecken Würmer eigentlich? Keine Ahnung Nichts! Passt auf! Tretet ja nicht auf die Würmer! Helft alle mit! Ich will, dass ihr alle Würmer sofort wieder einsammelt Ich fass die nicht an, dann krieg ich bestimmt Ausschlag Doch, jetzt stellt euch nicht so an Das sind doch bloß Würmer Frau Streitachs, darf ich aufs Klo? Ja, ja, von mir aus, aber trödle nicht rum Irgendjemand ist dafür verantwortlich Ich bin schwer enttäuscht von euch Wirklich schwer enttäuscht Frau Lüblich, diese frühen Siedlungen waren wirklich sehr interessant Wartet auf mich Komm, die andere holen wir nach der Mittagspause Netter Hut, aber du trägst ja einen Rock Touch mich bloß nicht an Ah! Der hat geredet! Ah! Der Typ da hat geredet! Ach ja? Interessant Dann geh lieber wieder zu deiner Klasse, Freundchen Nein! Das ist die Klasse von meinem Bruder Meine Klasse ist da drüben Kamera und Lautsprecher funktionieren Kannst wieder abschalten Und gut gemacht, Jörg Schätze, vor Angst wird der Kleine so schnell nichts mehr anfassen Ah! Das krieg ich noch Jörg, warst du das? Bist du sicher? Hm? It's so easy being me Come on, Henry Ich hab wirklich alles versucht Aber jedes Mal, wenn ich eine super Idee hatte Bekam ich Ärger Nur wegen dir Aber, aber ich war doch immer brav Und hab doch gar nichts gemacht Doch hast du schon, Zwerg Du bist auf die Welt gekommen Da kann ich doch nichts dafür Warum rede ich überhaupt noch mit dir? Ich mach mich jetzt aus dem Staub Nein, Henry Du kannst mich doch hier nicht allein lassen Doch, kann ich schon Ich grabe mir jetzt einfach einen Tunnel Blöder Löffel Au! Gut, jetzt reicht's mir So klappt es bestimmt Henry, du darfst mich nicht hier lassen Du bist echt gemein Nein, bin ich nicht Ich mag dich nur nicht Das ist alles Das stimmt gar nicht Du hast mich doch mal gerettet Dich gerettet? Wann? Als ich ganz klein war Weck da, du böter Hund Ich hab gesagt, du sollst abhauen Sei nicht so gemein, Henry Jetzt hast du Peter wieder zum Weinen gebracht Ich habe dich gewarnt Nein, Mama Sieh, da Böser Wauwau Du hast mich gerettet Du bist mein Held Ich hab dich nie gerettet Ich hab den Hund verscheucht, weil 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 er sich Mr. Kill schnappen wollte Ich hab ihn nur angebrüllt, um Mr. Kill zu retten Dich doch nicht Das stimmt gar nicht Du, du hast mich gerettet Von mir aus hätte der Hund dich ruhig in die Beine und in die Nase beißen können Es wäre mir sogar egal gewesen, wenn Hüßchen Ich bin so stolz auf meinen kleinen Wettkämpfer Ich bin sicher, du gewinnst wieder den Pokal im Eierlaufen Oh, der arme Henry Na ja, du wirst es schon überleben Ich glaub, ich kann heute nicht in die Schule, Mama Ich hab nämlich ganz schlimmes Bauchweh Ich glaub, ich muss sogar ins Krankenhaus Oh je, ich hoffe, sie müssen dich nicht operieren Äh, operieren? Wir wissen beide, dass du keinen Bauchweh hast Du tust mal wieder nur so, um dich vor dem Sporttag zu drücken Nur keine Angst, Henry Es macht nichts, wenn du bei allem wieder der Letzte wirst Und wehe, du wirst wieder heimgeschickt, so wie im vorigen Jahr Frau Lieblich hat gesagt, aufs Gewinnen kommt es gar nicht an, sondern dass man mitmacht Sei nicht so gemein, Henry So, Peter Deine Eier für den Eierlauf sind fertig Komm, wir müssen noch deine Haare kämmen, damit du nett aussiehst, wenn du deinen Pokal bekommst Genial Süßigkeiten sind ungesund, Henry Ich hab für den 400 Meter Lauf trainiert Und mein Papst hat mir für einen Monat Süßes verboten Ein Monat ohne Süßigkeiten? Das hält doch niemand durch Wenn man willensstark ist, schon Was du nicht sagst Die sauren Fruchtgummibällchen sind sowas von lecker Oh, saure Fruchtgummibällchen Die mag ich am liebsten Magst du ganz sicher keins? Steht euch jetzt bitte zum Dreibeinwettlauf auf Der Dreibeinwettlauf fängt in einer Minute an Wo ist dein Partner, Henry? Ich, ähm, ähm Laura, du wirst Henrys Partnerin sein Was? Beeilt euch, der Wettlauf fängt gleich an Auf die Plätze